Los Angeles, the City of Angels. Die Fabrik der Träume. Eine Stadt, deren Magie die ganze Welt verzaubert. Hier sind die Sterne zum Greifen nah. Hier verschwimmt die Grenze zwischen Illusion und Wirklichkeit. Der weltberühmte Barker Anger. Eine der angesagtesten Event-Locations an der Westküste. Dieser Abend ist größer und spektakulärer als alles andere. Denn heute erwarten uns die besten Magier der Welt. Mit dabei Weltstar Hans Klok, der Tiger Kirby van Birch, Zauberclown Ed Alonso und Dan Sperry, der Horror-Punk. RTL präsentiert zum allerersten Mal die Weltspitze der magischen Kunst in einer atemberaubenden und faszinierenden Show. Las Vegas Superstar Jeff McBride und seine fliegenden Karten. Die Tiger von Kirby van Birch. Das Highlight der Extraklasse. Die magische Weltpremiere von Pamela Anderson. Bei dieser Show kann alles passieren. Denn wenn sich die besten Magier der Welt treffen, um ihre Kräfte zu messen, dann ist nur eines sicher. Dass nichts und niemand sicher ist. Freuen Sie sich auf eine Show, bei der Ihnen garantiert vor Staunen die Luft wegbleiben wird. Und nicht nur Ihnen. Aus Los Angeles, Kalifornien. RTL präsentiert die besten Magier der Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Frau, die sich etwas Hübsches anzieht und dazu weniger als eine halbe Stunde braucht. Das glauben Sie nicht? Wie wäre es mit weniger als fünf Minuten? Lachhaft für Sie. Und weniger als zehn Sekunden. Sie glauben jetzt, ich nehme Sie auf den Arm. Das allerdings würde ich niemals tun. Und jetzt schauen Sie sich mal das Hochgeschwindigkeitstraumpaar SOS und Viktoria an. Vielen Dank. 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 Was macht ihr auf der Bühne nachher? So, wir machen die Quick Change. Quick Change? Ja, das ist ein Paar, das verliert nicht viel Zeit dabei, wenn sie sich gegenseitig ausziehen. Die halten nämlich den Weltrekord im schnell umziehen. Wie oft habt ihr euch umgezogen? In zwei Minuten? Das war in zwei Minuten 16 Kostüme und in einer Minute zwölf Mal umgezogen. Das schafft sogar Madonna nicht. Das können nur die beiden. Okay. Und ihr macht diesen Trick heute Abend auch auf der Bühne. Ja, wir haben etwas ganz Besonderes. You look perfect. Thank you very much. Los Angeles? Yes. Hier, das ist Los Angeles-Teil. Was soll ich machen? Ja, wir machen jetzt einen Trick für Sie? Ja. Wir machen jetzt einen Trick für Sie. Can you check it? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Okay. Wir machen noch eins hier. Ja. Können Sie noch eine machen? Ganz fest? Noch einen? Ja. Ja. Und sie hat übrigens wirklich die Hände zusammen. Da ist jetzt kein Raum dazwischen. So. Wüsste, was habe ich auch schon gelernt. Okay? Gut. Very good. So. Now? Ja, etwas langer, ja? Ja? Ja. Hören Sie das auch? Ja, es kann alles sein. Okay? Trust? Ja, ja. I trust. Ich verfaulich sein. Okay, cool. Okay, look. What's going on? So, das ist für Sie. Ja. Aber wir ziehen jetzt nicht zu, oder? Wie mir? Ja. 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 So, einmal. Okay. Gut. Das kennen Sie vielleicht von zu Hause. Ne? Muss man sich ein bisschen fesseln? Ja. So. Okay. 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 Jetzt hier? Ja. Ganz fest, ja? Okay. Aber nicht wehtun. Okay. Ganz fest. Gut. Ja, der ist zu. Zu. Können Sie noch einen machen? Ja, mache ich noch einen. So, hier noch einen Knoten rein. You do this first time? Ja, das ist mein erstes Mal das Knoten machen. Ja. Ich mache das auch erst. Okay. Perfekt. Ja. Ready? So. So. Can I ask you something? Ja. Bitte, kommen Sie da rein. Ich soll mit der Frau da reingehen. Ja, okay. Keine Probleme. Gerne. So? Ja? Okay. Sie sind bereit? Einacht. Ja? Gut. Say bye-bye. Bye-bye. Tschüss. Wenn ich verschwinde, für immer Tschüss Welt. Das war sehr schön. So, okay. Jetzt alles zusammen. Eins, zwei, drei. Alles in Ordnung? Ja, ja. Ah! Was machen Sie da? Das ist ganz interessant. Okay? Oh! Oh! Ah! 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 Das ist. Sie hat das gemacht. Hat Sie das gemacht? Kongratulation. Gut. Wie geht das? Gut. So. Ich war mit drin. Es ist nichts passiert. Außer, dass mir jemand das Jackett ausgezogen hat. Und es muss Victoria gewesen sein, weil es war sonst niemand drin. Can you help me? Ja. Ich will mein Jackett ja auch wieder haben.